Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Heute gibt es ein Video zu meinen liebsten Weihnachtsbüchern. Ich weiß, ich habe letztes Jahr auch schon mal so ein Video gedreht, aber ich finde, im Dezember darf kein Video fehlen mit Weihnachtsburempfehlungen. Und es sind zwar jetzt auch ein paar Bücher dabei, die ich euch letztes Jahr auch schon vorgestellt habe, aber es sind ja auch ein paar Follower mit noch dazu gekommen dieses Jahr und deswegen dachte ich mir, ich drehe einfach ein komplett neues Weihnachtsburempfehlungsvideo. Vielleicht habt ihr das ja vom letzten Jahr auch nicht gesehen und ich habe mich ja auch so ein bisschen verändert, sage ich jetzt mal, auch wie meine Kamera steht und so und deswegen dachte ich mir, ich drehe es einfach komplett halt nochmal neu. Auf jeden Fall sind es jetzt fünf Bücher geworden, beziehungsweise vier Bücher und eine ganze Reihe, die ich euch gerne empfehlen möchte, wenn ihr nach tollen Weihnachtsbüchern sucht. Und das erste Buch, was ich euch jetzt gerne vorstellen möchte, ist 10 Blind Dates für die große Liebe. Das Buch spielt halt so um die Weihnachtszeit und ich glaube auch Silvester rum, aber ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall um die Weihnachtszeit herum und es geht um Sophie. Und Sophie wurde gerade von ihrem Freund verlassen und ist total traurig darüber und ja, verbringt dann halt Weihnachten bei ihrer Großmutter mit ihrer ganzen Familie. Ich glaube bei der Großmutter, ich bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall kommt die dann auf eine Idee und zwar, dass jeder, also 10 Leute aus ihrer Familie halt, ihr ein Blind Date organisieren und sie dann halt auf dieses Blind Date geht. Und das spielt halt um die Weihnachtszeit herum und dann, ja, sind da halt wirklich süße und verrückte Typen und sie weiß gar nicht mehr, wo ihr Kopf steht. Und ja, das ist halt echt super lustig, halt auch zusammen mit Sophie auf diese ganzen Blind Dates zu gehen und was sich ihre Familie mitgliedert, da teilweise alles überlegt haben, ist echt auch witzig und auch teilweise spannend, finde ich. und es ist halt wirklich auch so, dass das Buch, ja, halt auch ein richtig schönes Weihnachtsbuch ist, finde ich, weil das kann man halt auch so, ja, mal eben so lesen und auch so um die Weihnachtszeit herum und es versprüht halt echt so Weihnachts- und Wintervibes und ich mochte das richtig gern und ich bin so froh, dass ich das letztes Jahr entdeckt habe und gelesen habe und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr etwas so für die Weihnachtszeit sucht, was ihr lesen möchtet, was halt auch nicht so eine super schwere Lektüre ist, wobei man super viel nachdenken muss. Ich lese halt echt gerne so Bücher, die man einfach so lesen kann und wo man nicht viel nachdenken muss. Das nächste Buch kennt ihr vielleicht schon und zwar ist das Wolkenschloss von Kerstin Gier. In dem Buch geht es, ich muss nochmal gucken, wie sie heißt, ähm, ja, Fanny, genau. Es geht um Fanny, die verbringt Weihnachten in einem Hotel und zwar im Wolkenschloss und dort ist aber nicht, äh, sind nicht alle Gäste das, äh, was sie vorgeben zu sein und zusammen mit dem Hotelierssohn, ich glaube er heißt Ben, wir schauen trotzdem nochmal lieber nach, wie er heißt, genau, er heißt aber Ben, ähm, ja, zusammen mit dem versucht sie halt so ein bisschen herauszufinden, was denn so da vielleicht die teilweise ein paar für Hotelgäste für Pläne schmieden und was da so für Geheimnisse sind und es ist super spannend. Also ich finde gerade dieses Ende ist richtig spannend und fest und ich konnte das Buch echt nicht immer aus der Hand legen und es spielt halt alles in diesem Hotel und das Hotel liegt halt in den Bergen, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, es liegt halt in den Schweizer Bergen und da liegt Schnee und es ist winterlich und es spielt halt um die Weihnachtszeit herum und es ist wirklich sehr spannend und auch schön geschrieben, finde ich. Also der Schreibstil ist halt auch echt schön und man kann sich so richtig in diese Geschichte verlieren und ist so voll mit drin in diesem Hotel, als wäre man auch so ein Gast in diesem Hotel und würde das jetzt alles zusammen mit Fanny erleben. Also richtig toll geschrieben, ich finde Kerstin Gier schreibt halt generell wahnsinnig schöne Bücher, also Rubin Roth und die Silbertrilogie und so ist ja auch alles von ihr und ich mag ihren Schreibstil total gern und was sie sich halt da immer so alles ausdenkt, ist immer richtig spannend und total fest und ich finde die Geschichten von ihr, also die zumindest die Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, die vergisst man halt auch irgendwie nicht so. Irgendwie bleiben die so voll im Kopf hängen, auch wenn ich so die Namen von den Protagonisten oft vergesse, also das passiert ganz oft bei Büchern, bleibt trotzdem irgendwie so manche Sachen von der Geschichte so richtig im Kopf hängen und das finde ich echt, ja, cool. Dann das nächste Buch ist Der Weihnachtshorsaurus von Tom Fletcher. Ich glaube, das kennt ihr vielleicht schon von mir, das habe ich euch auf jeden Fall schon öfters in Videos gezeigt, denn dieses Buch mag ich unglaublich gerne. Es ist zwar eigentlich ein Buch eher für jüngere Leser, weil es hat halt auch Zeichnungen innen drin und ja, aber es ist richtig, richtig ein schönes Weihnachtsbuch und eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte und zwar geht es in diesem Buch um William und William wünscht sich halt vom Weihnachtsmann zu Weihnachten einen Dinosaurier und dann kriegt der William also diesen Weihnachtshorsaurus und es ist wirklich ganz toll, was er dann halt, also auch spannend und es ist halt auch, ich finde, es ist halt auch schon emotional, was er da alles so mit dem Weihnachtshorsaurus erlebt und da gibt es auch noch ein zweites Buch von, das habe ich jetzt gerade nicht aus meinem Regal runtergeholt, auf jeden Fall gibt es halt auch einen zweiten Teil von Der Weihnachtshorsaurus und die Winterhexe und das Buch fand ich sogar noch einen Ticken besser als den ersten Teil, weil das halt auch noch viel spannender war als hier der erste Teil, aber ich finde, beide Teile sind wahnsinnig schöne Geschichten, also der erste Teil ist eine schöne Geschichte und der zweite Teil auch, die aber auch spannend sind und auch, finde ich, halt emotional und die Zeichnungen da drin sind richtig schön und ja, ich finde, das kann man, das ist halt auch so ein Buch, was man, finde ich, so jedes Jahr um die Weihnachtszeit wiederlesen kann, weil dadurch, dass da halt auch diese Zeichnungen zwischendurch drin sind, kann man das halt wirklich sehr schnell auch lesen und es ist jetzt kein Buch, was wahnsinnig dick dadurch halt auch ist und was dadurch halt auch sehr viel Zeit in Anspruch halt auch nimmt, weil ich bin jetzt halt auch ein sehr langsamer Leser, muss ich sagen, aber das kann ich halt echt sehr schnell weglesen. Es hat so ungefähr 350 Seiten, aber ja, also ich mochte das Buch richtig gerne und vielleicht schaffe ich es ja sogar, dass ich das jetzt dieses Weihnachten nochmal lese, mal schauen, ob ich es schaffe, irgendwie, ja, habe ich da echt Lust drauf, weil ich weiß schon teilweise gar nicht mehr so richtig, was nochmal passiert ist, weil ich ja letztes Jahr nur, oder habe ich letztes Jahr den ersten Teil auch nochmal rereadet und dann den zweiten Tag gelesen und habe ich nur den zweiten Tag gelesen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, egal, kann ich ja nochmal nachschauen. Das nächste Buch, was ich euch zeige, ist New Beginnings von Lily Lucas. Das ist jetzt nicht so ein typisches Weihnachtsbuch, aber es spielt halt in den Rocky Mountains und zwar macht Lena ein Au-pair-Jahr in den Rocky Mountains halt und ist dann in einer Familie halt dort. Genau, Coopers so heißt halt die Familie, wo sie ist. Ja, und es ist halt wirklich so, dass das Buch, dadurch, dass es halt in den Rocky Mountains spielt, finde ich schon so Wintervibes versprüht und das spielt halt auch um Silvester rum und ich meine, spielt halt auch um Weihnachten rum und dadurch, ja, kriegt man halt schon so richtige Wintervibes auch und ich finde, das kann man halt auch gut so in der Weihnachtszeit lesen und das ist halt eine richtig tolle Geschichte, also generell halt auch der zweite und der dritte Teil sind wirklich tolle Bücher, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Ich habe die ersten zwei Teile als Hörbücher gehört, also auch die Hörbücher kann ich euch total empfehlen. Die sind richtig gut vertont und die, ja, die Sprecher kann man auch, die haben eine richtig angenehme Stimme, finde ich, denen man gut zuhören kann und ja, ich mache auch die Geschichte halt auf jeden Fall gerne. Der dritte Teil New Dreams gefällt mir sogar am besten bisher von der Reihe, aber New Beginnings fand ich auf jeden Fall auch sehr schön und ja, es versprüht halt auf jeden Fall Wintervibes. Und jetzt kommen wir wieder zu so typischen Weihnachtsbüchern, sage ich jetzt mal und zwar ist das diese Reihe hier, die habe ich euch auch schon öfters gezeigt, die Kiss Me In-Reihe und mein liebster Teil sogar, den habe ich gar nicht als echtes Buch, sondern den habe ich nur als E-Book, aber mein liebster Teil davon ist Kiss Me In London. Es geht halt immer so ungefähr, sage ich euch jetzt mal grob, worum es immer geht, es geht immer um einen Protagonist und eine Protagonistin, die sich irgendwie zufällig dann in einer Stadt treffen und dann irgendwie spielt das immer um die Weihnachtszeit herum und irgendwas erlesen sie dann immer. So ungefähr geht es halt in jedem Buch darum, aber ich finde, die kann man auch mal eben so weglesen und es gibt halt einem immer voll die Weihnachts- oder Wintervibes, das habe ich euch fast jetzt bei jedem Buch gesagt, aber es ist halt einfach so und ja, ich mochte die Bücher halt richtig gerne. Also vor allem halt Kiss Me In London und Kiss Me In Rome ist halt der letzte Teil, der da von dieser Reihe bisher erschienen ist. Aber ich muss euch schon sagen, wenn ihr euch nicht so sehr spoilern wollt, weil in diesem letzten Teil hier kommen, meine ich, die Charaktere vom ersten Teil drin vor oder die spielen halt eine wichtige Rolle auch drin. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn ihr die ganze Reihe auch lesen wollt, dann würde ich sie vielleicht schon in der Reihenfolge lesen, muss man aber, wie gesagt, nicht unbedingt. Also man würde sich, so weit wie ich mich jetzt so erinnern kann, nur hier in diesem Teil zum ersten Teil, meine ich so ein klein wenig dann halt spoilern, aber jetzt nicht zu sehr. Also man muss sie nicht unbedingt in der Reihenfolge lesen. Ja, aber sie sind auf jeden Fall echt schön und die Cover sind halt auch immer total winterlich gestaltet. Also wirklich sehr schön. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die Bücher zu lesen und ich würde sie auf jeden Fall gut als Weihnachtsbücher empfehlen. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall die Bücher, die ich euch als Weihnachtsbücher empfehle und ja, selber gelesen habe und mag. Und ja, ihr könnt mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Weihnachtsbücher gerne lest oder ob ihr auch vielleicht irgendwie ein Buch habt, was ihr jedes Jahr nochmal aufs Neue um die Weihnachtszeit herum lest. Also ich meine, ich schaue mir halt auch die Harry Potter Filme an oder lese halt auch manchmal irgendwie ein Harry Potter Teil oder so um die Weihnachtszeit herum. Aber ja, das waren jetzt trotzdem so die Weihnachtsbücher, die ich sehr mochte und euch empfehlen kann. Und ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann!